Die französischen und die deutschen Ermittlungsbehörden berichten, dass sie nach dem heutigen Stand ihrer Ermittlungen davon ausgehen müssen, dass der Co-Pilot das Flugzeug bewusst zum Absturz gebracht hat. Mich trifft diese Nachricht genau wie wohl die allermeisten Menschen. So etwas geht über jedes Vorstellungsvermögen hinaus. Wir kennen noch nicht alle Hintergründe. Und deshalb ist und bleibt es so wichtig, dass weiter ermittelt wird, dass jeder Aspekt weiter gründlich untersucht wird. Als Versprechen an alle Bürger und ganz besonders an alle Familien und Freunde aus allen Ländern, die ihre Liebsten in dieser Katastrophe verloren haben. Die Bundesregierung und die deutschen Behörden werden alles Erdenkliche tun, um die Ermittlungen zu unterstützen. Das sind wir allen Menschen, die am Dienstag in dieser Katastrophe ihr Leben lassen mussten, und ihren Angehörigen, die jetzt so schrecklich leiden, schuldig. Ich danke Ihnen.